Deutschland ist ein reiches Land mit einem hohen Lebensstandard und viel Wohlstand. Allerdings setzen die Grünen und die radikalen Klimaaktivisten alles daran, um Deutschland abzuschaffen. Und gerade die Klimaaktivisten werden immer radikaler und extremistisch. Und nein, wenn Klimaaktivisten ja mit brennenden Molotov-Cocktails Polizisten bewerfen, dann kann man das nicht mehr schönreden. Und jetzt sorgt die radikale Umweltaktivistin Kanja Deal mit zwei Aussagen für maximale Empörung. Die erste Aussage betrifft ein Interview auf der Webseite vom RND und dort sagt sie, unser aktuelles Verkehrssystem ist quer behindertenfeindlich, rassistisch und sexistisch. Was für ein großer Unfug. Der einzige Verkehr, der ja offenkundig nicht richtig läuft, ist ihr eigener Verkehr im Schlafzimmer. Weil diese Frau versucht eben mit ihrer passiv-aggressiven Art ihre massiven Defizite in ihrem moralischen und ideologischen Weltbild zu kompensieren. Aber pass auf, es geht sogar noch viel, viel dreister. Bei einem Besuch der Lübecker Ortsgruppe Fridays for Future sagte sie nämlich folgendes. Wir nehmen den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim. Also diese Aussage ist echt an Dreistigkeiten, an Heuchelrei nicht mehr zu überbieten. Deutschland ist ja eine Autonation, die Deutschen lieben ihr Auto und die meisten würden auch gerne ein Eigenheim haben. Und diese Tussi sagt jetzt öffentlich, dass sie dafür sorgen wird, dass die Wünsche einer ganzen Nation nicht in Erfüllung gehen. Also hackt's bei der da was. Wie egoistisch und wie hasserfüllt muss man sein, dass man den anderen Menschen ihre Träume verbieten will. Also für mich ist diese Aussage eine Kriegserklärung gegenüber den Deutschen. Und die Frau gehört da hingeschickt, wo sie ihre Verbotsfantasien ausleben kann. Eventuell sollte die Frau mal in China leben, weil dort wird ihr diese Verbotskultur, die sie ja so liebt, viel, viel besser gefallen. Und wenn ich sowas dann lese, dann frage ich mich auch auf der einen Seite, welche Qualifikation bringt diese Frauen Bezug auf Autos und Immobilien überhaupt mit? Weil studiert hat sie ja Literaturwissenschaften, Medien und Soziologie. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann, warum Politiker in Stuttgart überhaupt auf solche Frauen hören. Ja, weil wohin das führt, das konnte man diese Woche sehr gut sehen. Diese Woche wurde nämlich das Verbrenner-Aus beschlossen in Deutschland und ganz Europa. Und wohin das führt, kann man in folgender Grafik sehr, sehr gut sehen. Eine kleine Mehrheit von 340 Politikern in Deutschland schickt unsere ganze Industrie in den Niedergang und sorgt für eine Deindustrialisierung. Jetzt, 2023, wird nämlich das EU-Verbrennerverbot beschlossen. Dann ab diesem Jahr wird das dafür sorgen, dass die ganze Autoindustrie Deutschland verlässt. Nicht nur, weil der Verbrenner verboten ist, sondern weil wir mittlerweile auch die höchsten Energiekosten haben. Und die Autoindustrie hat über 780.000 Mitarbeiter. Die gehen dann einfach weg. Ja, und 2023 muss dann das Verbrennerverbot wieder aufgehoben werden, weil man merkt, es funktioniert einfach nicht anders. Weil die Idee vom Elektroauto als einziges Mobilitätsmittel funktioniert einfach nachgewiesenerweise nicht. Aber da unsere ganze Autoindustrie dann weg ist, müssen wir dann einfach Verbrenner aus überall aus der Welt importieren. Und eventuell lasse ich diese Grafik jetzt ein bisschen schmunzeln und du glaubst, das ist ein Witz. Nee, genau so wird es nicht funktionieren. Aber nein, weit gefehlt. Weil genau das passiert nämlich jetzt bei der Kohle. Das musst du dir mal vorstellen. Kohle brauchte man ja in Deutschland auf der ganzen Welt sehr, sehr lange zum Heizen und zur Stromerzeugung. Und Ende der 80er Jahre hat Deutschland ungefähr 500 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Und die natürlich dann verbraucht zum Heizen und für den Strom. Dann kam aber die Energiewende und der Kohleabbau wurde sukzessive nach reduziert. Bis auf jetzt 126 Millionen Tonnen pro Jahr. Also um 75 Prozent. 2018 wurde natürlich auch noch das Kohleverbot dann beschlossen, was ab 2038 gelten soll. Also wir wollen jetzt komplett weg von der Kohle. Alles wird quasi verboten. Die ganze Industrie wird zurückgebaut. Und die Arbeitskräfte, die dort tätig waren, wandern in andere Branchen oder auch in andere Länder. Und die Technologie geht komplett verloren. Ja, aber was passiert dann? Jetzt 2022 kam es zum Krieg in der Ukraine und damit auch zur Energiekrise. Es gab kein Gas mehr, ja, die Atomkraft ist böse. Und deswegen müssen wir jetzt plötzlich wieder Kohle verbrennen. Nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt, ja. Aber jetzt haben wir einfach das Problem. Unsere ganze Kohleindustrie wurde vernichtet und wir haben nicht mehr genug Kohle für unseren eigenen Bedarf. Und deswegen müssen wir jetzt Kohle aus Kolumbien importieren. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Durch die langen Transportwege aus Südamerika ist diese Kohle sogar schmutziger als unsere eigene Kohle. Das heißt, heute haben wir in Deutschland den mit Abstand teuersten Strom auf der ganzen Welt, ja. Und in Europa und auch den schmutzigsten. Nur noch Polen kann damit halten, ja. Und wer ist schuld daran? Schuld daran sind solche ideologisch degenerierten Menschen wie diese Katja Deal, die alles verbieten wollen, ohne vorher mal für gute Alternativen zu sorgen und diese zu stabilisieren. Wenn also Frauen wie diese Katja Deal das nächste Mal wieder sagen, dass sie uns den Traum vom Eigenheim und vom eigenen Auto verbieten wollen, ja, dann bindet der sofort eine Zwangsjacke um und steckt die in eine geschlossene Anstalt. Also nochmal zusammengefasst und auch direkt an Katja Deal. Liebe Katja Deal, ja, mach mit deinem Leben wirklich, was du willst. Aber lass die intelligenten Menschen auf diesem Planeten bitte mit deinem Unsinn in Ruhe, ja. Und schau dir als nächstes mal folgendes Video an, was ich dir hier verlinke, weil darin zeige ich nämlich, dass eure tolle Energiewende gescheitert ist und wie man es auch besser machen kann.